370 Etterwinden ist ein Ortsteil der Gemeinde Moorgrund im Wartburgkreis in Thüringen. Der Ort hat gegenwärtig 621 Einwohner. Geografie Geografische Lage Etterwinden befindet sich am Südrand des westlichen Thüringer Waldes im Naturpark Thüringer Wald. Der Ort liegt etwa 10 Kilometer südlich von Eisenach am Oberlauf des Fluss Schenelte, einem rechten Nebenfluss der Wehrer. Östlich vom Ort verläuft der Thüringer Rennsteig, südlich der Salmannshäuser Rennsteig. Vom Wald umschlossen liegt der Ort in einer Art Rodungsinsel. Der Ort befindet sich am Osthang des Eichberges. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist der Eisenberg, etwa 800 Meter östlich der Ortslage mit einem Steinbruch. Die Gesamtfläche der Gemarkung beträgt 9,11 Quadratkilometer. Nachbargemeinden und Städte Der Ort gehört seit einer Gebietsreform zur Moorgrund und grenzt im Süden an die Ortsteile Waldfisch und Mörra, im Westen an den Ortsteil Kupfersul, im Nordwesten und Norden an die Gemarkung Eckartshausen sowie im Osten entlang des Rennsteigs an die Stadt Rula. Geschichte Eine erste urkundliche Erwähnung als Stierwinde ist von 1242 überliefert. Der Ort Ätterwinden soll nach Anschauung der älteren Heimatforschung als Siedlung deportierter slavischer Kriegsgefangener in der Zeit des Ostfrankenreiches entstanden sein. Dies wird inzwischen durch Forschungsergebnisse widerlegt. Demnach entstand der Ort wohl schon im 8. Jahrhundert. Der Ortsname bedeutet umzäunte Waldwiese, Weide. Im Hochmittelalter befand sich zudem ein Ort Schönewinden und weitere Siedlungsplätze am Oberlauf der Älte. Alle diese Siedlungsplätze wurden nach Kriegen und Seuchen aufgegeben und beim Hof Ätterwinden wurde das jetzige Dorf angelegt. Die Einwohner lebten bis 1330 im Herrschaftsgebiet Frankensteiner, sie lebten von der Landwirtschaft oder waren als Holzfäller, Wanderschmiede und Köhler in den Rulaerwäldern unterwegs. Am Eisenberg bei Ätterwinden entdeckte man Eisenetz und betrieb dort bis in das 20. Jahrhundert Bergbau und Steinbrüche. In der Nähe des einstigen Ortes Taubenellen befand sich die oberste Mühle des Ältetels. Ätterwinden gehörte verschiedenen Adeligen, zuletzt den Herren von Reckerroth, welche 1523 an den Amtmann der Wartburg für 400 Gulden verkauften. Südlich des Ortes entstanden schon im 12. Jahrhundert nahe der Nürnberger Straße zwei Burganlagen im Wald, der alte Ringelstein unterhalb vom Jagdhaus Kissel und der neue Ringelstein in der Gemarkung Waldfisch. Fern der benachbarten Dörfer dienten diese Burgen vorrangig als Straßenposten und Zollstationen. Über mehrere Jahrhunderte verlief südlich von Ätterwinden die Grenze zwischen den späteren Herzogtümern Sachsen-Eisenach und Sachsen-Meiningen. In die Sagenwelt Thüringens fand der alte Ringelstein als Raubschloss Eingang. Die Eisenacher Forste müssen für die Jagd ergiebig gewesen sein, denn recht häufig wurden hier Jagdlager aufgeschlagen. Der Amtmann der Wartburg ließ 1524 25. ein besonderes Jagdhaus im nahen Wintershausen auf seine Kosten bauen. Beliebt waren die Bärenjagden, wobei 1537 ein Ätterwindertreiber verletzt wurde, man gewährte ihm ein Schmerzensgeld in Korn. Rings um das Dorf markieren zahlreiche Grenzsteine die Dorfgemarkung und zugleich die Ausdehnung der herzoglichen Jagdreviere. Im 16. Jahrhundert erreichte der Kupferbergbau im Gebiet um Kupfersuhl und Mörer seinen Höhepunkt, Reste der einstigen Schachtanlagen. Teiche und Wassergräben findet man noch um den Wackenhof und an der Straße nach Kupfersuhl im Flaxland. Die Nachbarorte waren in dieser Zeit durch Fuhrleistungen und beim Bau von Wegen und Gebäuden beteiligt, wie die aus dieser Zeit belegten Bergwerksunterlagen belegen. Im Nachbarort Rula entstanden nach 1850 zahlreiche Manufakturbetriebe, in denen die Ätterwinder Bevölkerung Arbeit fand. Hierzu musste täglich zweimal der Weg über den Rennsteig auf der Gollertstraße zurückgelegt werden. Landwirtschaft konnte in der Regel wegen des rauen Klimas und der armen Krume nur im Nebenerwerb betrieben werden. Erst der industrielle Aufschwung in Rula schuf die Grundlage für ein Bevölkerungswachstum zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ätterwinden wurde am 1. Januar 1996 nach Moorgrund eingemeindet. Einwohnerentwicklung Entwicklung der Einwohnerzahl Die Sehenswürdigkeiten Die Evangelische Kirche von Ätterwinden befindet sich in der Ortsmitte. Das Ortsbild von Ätterwinden wird noch von Fachwerkhäusern geprägt. Ein historischer Grenzstein befindet sich am Salmannshäuser Rennsteig an dessen Kreuzung mit der Bundesstraße 19. Das Camphaus ist ein Forsthaus nahe der Tauben-Eller-Mühle. Das zunächst als Gästehaus des staatlichen Forstbetriebes genutzte Gebäude wurde auch als Drehort für einen Kriminalfilm des DFF aus der Reihe. Der Staatsanwalt hat das Wort Folge 100 Hubertus Jagd von 1985 mit Rolf Hoppe in der Rolle eines Försters genutzt. Die Mörsche Kuppe ist ein Etappenort des Seimannshäuser Rennsteigs und bietet zwei Aussichtspunkte nach Norden in das Ältetal und nach Süden in den Moorgrundverkehr. Die nächstgelegene Anschlussstelle der A4 befindet sich 14 Kilometer entfernt. Durch den Ort verläuft die B19 im Abschnitt Eisenach-Breitungen-WA-Meiningen. Von dieser zweigt im Ort die Landesstraße 1126 nach Rula ab. Die nächstgelegenen Bahnhöfe befinden sich in Eisenach und in der Kreisstadt Bad Salzungen. Im sieben Kilometer entfernten Ettenhausen-Suhl befindet sich ein Haltepunkt der Südthüringen Bahn. Personen Otto Ludwig Rudolf Staut, Forstmeister in Dermbach, Initiator des ersten Naturschutzgebietes in Thüringen. Aus Etterwinden stammt der 1955 geborene Thüringer Holzbildhauer Ralf Teefler. Er lebt und arbeitet heute im Schloss Glücksbrunn im Nachbarort Schweiner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017